Wenn ihr noch günstige FIFA-Coins zum Team of the Season braucht, checkt mal gerne meinen Sponsor-IG-Folder aus. Der Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch 8% sparen wollt, gebt einfach bei der Bestellung den Rabattcode FIFAGAMING ein. Außerdem könnt ihr noch gerne meinen Shop auschecken für die neuen Nice-Hoodies-T-Shirts, Handyhöhlen-Sweater und vieles mehr. Der Link ist natürlich auch wie immer oben in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es gerade zu jeder Bestellung eine gratis Autogrammkarte von mir persönlich unterschrieben dazu. Also gerne abchecken. Heute gibt es meinen ersten Versuch der 197er Footwaff Challenge. Und ihr habt es schon im Titel gelesen, wir kriegen direkt den seltensten Spieler überhaupt im Draft. Ihr werdet es gleich sehen, Leute, wer es war. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, Leute. Wollt ihr diese 197er Challenge noch öfter sehen, bis wir sie geschafft haben, Leute? Dann Hashtag 197 ab in die Kommentare, Leute. Und schreibt mal rein, habt ihr es schon geschafft, ein 197er-Rraft? Hashtag ja oder Hashtag nein? Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich würde mich freuen, danke da für eure Unterstützung. Ihr wisst es, täglich hier auf meinem Kanal neue Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr täglich einschalten würdet. Eskaliert mit den Likes, Leute. Und, falls ihr Bock habt, schaltet gerne täglich um 13 Uhr bei meinen Fortnite-Livestreams ein. Auf Twitch. Links in meinem Twitch-Kanal ist unten in der Beschreibung. Ab FIFA 19 werde ich dort auch wieder die Weekend League für euch streamen, ja? Also lasst gerne jetzt schon mal ein Follow da. Aktiviert die Benachrichtigung, kriegt ihr meine Nachricht, so verpasst ihr keinen Stream mehr, wenn der Stream online ist. Und dann würde ich sagen, starten wir ins Video. Bleibt bis zum Schluss dran. Let's go! So, 4-3-3. Let's go! Let's go! Let's go! Oh! Oh! Let's go, man! Ah, okay, wir müssen eigentlich Suarez mitnehmen, Leute. Wir haben zwar Ronaldo, aber... Das Ding ist, wir kriegen Ronaldo eh nochmal. Wir nehmen Suarez mit. Suarez ist schon mal seltener, Alter. Suarez ist immer der perfekte Start, Mann. Und vor allem die Karte halt. Man of the Matchday Suarez. 98er. Wah, das schmeckt schon wieder absolut, Alter. Das schmeckt schon wieder absolut, Leute. 197er Draft ist in coming. Ich sag's euch, Leute, wahrscheinlich, oder? Aber dafür müssen die anderen Spiele jetzt gut werden. Rechtsverteidiger wird eh eigentlich immer kacke. Kann ich euch eigentlich schon vorher sagen. Warum? Ich versteh's nicht. Warum kommt hier nicht so ein Kimmich-Totz? Das wär absolut genial, Mann. Kimmich als Trotz einfach. Den hab ich einmal, glaub ich, bislang im Draft bekommen gehabt. Sonst krieg ich immer nur den normalen Kimmich, ey. Ich krieg auch keine andere Special-Karte von Kimmich. Immer nur normale Karte, obwohl er auch einige Special-Karten hat. Naja, müssen wir mitnehmen. Ist der heißt Rated, Leute. Wisst ihr es wie immer? Falls ihr noch Bock habt, könnt ihr gerne noch meinen Shop auschecken für die Camouflage-Sachen. Ihr wisst es. In Rot, in Grün, in Blau, in Grau, in Lila, Pink. Was auch immer ihr haben wollt, Leute. Alle Farben erhältlich, Leute. Ihr wisst Bescheid. Links in meinem Shop ist unten. Direkt als erstes in der Beschreibung verlinkt. In allen vier Farben. Natürlich auch als Pullover erhältlich. Wer darauf mehr Bock hat, Link, wie gesagt, oben in der Beschreibung. Und gratis Autogrammkarte von mir unterschrieben. Natürlich gibt es auch, wie immer, zu jeder Bestellung gratis dazu. Also gerne abchecken. Danke da an jeden, der mich mit meinem Kauf unterstützt. Ich küss eure Nacken. Ihr seid die besten Leute. Weiter geht's. Mit dem ZM. Und der könnte gut werden. Boah, De Bruyne. Ja. Das Ding ist, es wäre clever, glaube ich, Marquisio mitzunehmen. Weil De Bruyne ist die Chance relativ hoch, dass man den nochmal bekommt als Hydrated-Version. Aber Marquisio als 93er, da hat man einen 93er, den man so wahrscheinlich nicht mehr nochmal bekommen wird. Weißt du, wisst ihr, wie ich das meine, Leute? Vom dem her wäre das, glaube ich, clever. Weil De Bruyne wären wir höchstwahrscheinlich. Ja, ich könnte mich jetzt auch verpokern. Aber höchstwahrscheinlich werden wir De Bruyne nochmal bekommen, ja? Und dann haben wir so gesehen zwei Higher-Rated-Spieler am Start. So, wisst ihr, was ich meine? Also, deswegen, ich hoffe mal, es klappt so mit Marquisio. Könnte auch in die Hose gehen. Wenn wir... Och, De Bruyne nicht nochmal bekommen. Oh Mann, was ist das denn, Alter? Ja, Albiol ist der Highest-Rated. Mann, wollt ihr mich verarschen? Ey, Innenverteiger sind wichtig und wir kriegen Albiol, ey. Oh Mann. Okay, ich mal Linksverteiger, Torhüter. Linksverteiger ist auch wichtig. Ja, boah, die Alba, der letzte, ey. Ich dachte schon, wir müssen uns jetzt mit Alaba oder Augustinsson hier zufriedenstellen. Mit zwei 780ern. Aber Alaba, Alaba sag ich schon. Alba ist in Ordnung. 93er, Alba ist okay. Weil es gibt eh nur einen besseren. Und das ist Marcelo Team auf dir, wisst Bescheid. 94, also von daher alles gut. Und wir können Marcelo aber gleich sogar noch bekommen, ja? Also von daher eigentlich Doppel-Plus. Also, Roddy Alba, das war schon in Ordnung, ja? Ich glaube, ich meine jetzt noch einen ZM. Und dann gehen wir auf die Torhüter-Position. Das war es auch schon wieder. Scheiße, Alter. Das war Broke, Isco. Ah, Isco gibt es seit 96er. Nein, Golan gibt es auch als Tots. Gündogan können wir mitnehmen. Da gibt es nicht viel mehr. Nicht viel Höheres. Also von daher, ja. Machen wir erstmal so. Sind wir noch ein bisschen Schimie. Quintolta muss jetzt stark werden. Come on, bitte. Können wir mich verarschen? Was ist das? Ey, what the fuck? Lux. Ey, come on. Wir wollen hier einen 197er bauen. Kriegen wir Lux. Grüße gehen raus an Lux. Form ist noch am Start. 79er Highest Rated. Schmeckt wieder köstlich. Weiter geht's. Innenverteidiger Koulibaly. Ah, hier müssen wir wieder 90er kommen. Was soll die Scheiße? Aber Koulibaly ist gut für die Chemie. Okay, ist immerhin gut für die Chemie, ja? Okay, wir sind so auf 56. Hätte ich vielleicht auch besser den Bräunen mitgenommen. Wäre alles anders gelaufen. Aber es ist nie... Ah, okay. Da, ich habe es euch gesagt, Leute. Deswegen habe ich nicht die Bräunen mitgenommen. Jetzt haben wir ihn anstatt als 95er als 96er am Start. Let's go. Das war wichtig. Ja, okay. Wir haben noch Toni Kroos. Ja, Kroos wäre gut für die Chemie. Aber wir müssen jetzt hier ein bisschen was aufholen. Ja, das nehmen wir dir auf jeden Fall mit. Okay, wir sind auf 57 Chemie. So, das ist erstmal okay. Wir brauchen jetzt am besten Messi und Ronaldo. Beide als Team of the Year. Ja, das könnte Messi werden. Das wird kein Messi. Ach man, das war die Messi-Animation, Alter. Das war die Messi-Animation. Ihr wisst es. Ich sehe es ja immer anhand der Animationen. Ob es ein guter Spieler wird oder nicht. Das hätte Messi werden können. Ach man, mal schauen. Das wird kein guter Spieler. Obwohl doch. Ah, Neymar ist okay. 95er ist aber nicht gut, Alter. Scheiße, Mann. Was ist hier los? Wir sind auf 91 nach der Startelf. Ah, Mann. Hätten wir noch ein 92er mehr? Dann wären wir safe auf 93 nach der Startelf. Das wäre nicht schlecht gewesen, Alter. Schade. Okay, wir sind hier ganz weit weg von der 97er Challenge. Wir sind hier echt ganz, ganz weit weg. Aber das Ganze ist auch nicht so leicht, wie es aussieht, Alter. Ich sag's euch. Wir nehmen Ascension mit. Das ist ja jetzt der erste Versuch. Stellen wir hier, zack, den hier rein. Dann sind wir auf 92. Okay, let's go. Das ist gar nicht so leicht. Also, wie gesagt, das ist jetzt der erste Versuch. Ich werde euch in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch den einen oder anderen weiteren Versuch rausholen. Chez ist aber wichtig. 90er Rated ist immer wichtig. Nehmen wir mit. Kommt erstmal hier vor rein. Kommen wir da auf... Na, kommen wir sogar nicht auf 93. Scheiße. Ich dachte, wir kommen auf 93. Aber reicht noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Wir brauchen noch ein paar Spieler. Und zwar im 90er Bereich. Oh, Tscheche, Alter. Das gibt es doch nicht. 87er Tschech. Das ist scheiße gerade. So kommen wir auch nicht auf 93. Vielleicht mit Gündo an. Oh Mann, was ist das? Gut angefangen. Der könnte wieder gut werden. Ja, boah. Uh, ja. Let's go. Hazard. Können wir allerdings nochmal bekommen. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel Risiko eingehen. Harry Kane werden wir wahrscheinlich nicht nochmal bekommen. Und Hazard könnten wir nochmal bekommen, ja. Also ich weiß halt jetzt nicht, ob ich so auf Risiko gehen soll hier bei diesem Team. Weil wir könnten Hazard, die Chance, dass wir Hazard bekommen, ist halt nochmal relativ hoch. Die Chance, dass wir Kane bekommen, ist halt nochmal relativ unwahrscheinlicher, ja. Deswegen Kane wäre schon nice als 94er. Ich glaube, ich probiere mich jetzt mal aus. Wie gesagt, das ist der erste Versuch zu 197er Challenge. Und ich muss jetzt so ein bisschen auf Risiko gehen und ein bisschen was ausprobieren, damit ich fürs nächste Mal weiß, was wir vielleicht vermeiden sollten. Ähm, jetzt sind wir auf 93. Okay, ja. Wie gesagt, die Chance, dass Hazard kommt, ist halt da. Ja, die ist halt höher, als dass so ein Kane nochmal kommt. Und ich könnte mich jetzt auch komplett wieder verpokern, das kann auch sein. Aber eben mit dem Reuner hat es halt auch geklappt, ja. Und beim 197er, Leute, das ist auch klar, da muss man verdammt nochmal auf Risiko gehen, ja. Weil wenn man da nicht auf Risiko geht, dann verkackt man es halt ganz. Und diese 97er ist so schwer zu bekommen, ja. Deswegen, da muss man halt schon Risiko eingehen. Mann, ey, ich raste aus gleich, was ist das? Für den Scheiß, ich gehe auf Risiko und werde nicht belohnt, Mann. Was soll das? Henderson, 82er. Hä, die Animation war nicht schlecht, Alter. Die Animation sah so aus, dass wenn ein guter Spieler kommt, Henderson nehmen wir mit. Das ist komplett scheiße, Alter. Och Mann, ey. Warum kommt da jetzt so ein Henderson 82, ey? Wir sind zu viel auf Risiko gegangen, Leute. Scheiße, Alter. Egal. Erster Versuch, wie gesagt, das wird in den nächsten Tagen und Wochen auf jeden Fall noch heftiger werden. Äh, vielleicht... Jawohl, da haben wir Hazard und da haben wir Grießmann. So, ihr habt es gesehen, Leute. Das war jetzt der Fall, der eingetroffen ist, ja. Wo ich gesagt habe, so ein Hazard wird safe nochmal kommen. Das war von uns... Es war gut gemacht von mir. Da kann ich mir keinen Vorwurf machen. Das war gut gemacht. Weil dann hätten wir jetzt Kane und Hazard als 95er. Wisst ihr, was ich meine? Und ob wir so ein Kane nochmal bekommen hätten, ist halt die Frage, ne? Äh, Grießmann haben wir jetzt natürlich als 98er. Der ist auch richtig, richtig selten. Den nehmen wir mal mit. Der ist... Grießmann als 98er. Der ist so selten. Ich würde schon fast sagen, dass wirklich im Footdraft die seltenste Karte überhaupt. Dieser 98er Grießmann. Wisst ihr, wie oft ich den bislang bekommen habe? Zweimal! Zweimal habe ich den Footdraft bekommen. Ich muss mich aber komplett abfeiern gerade, weil Grießmann ist echt selten. Hashtag Grießy in die Kommentare. Weil der ist echt absolut selten. Fällt mir gerade auf. Wenn der ist zweimal bekommen und ich habe jetzt, seitdem der da ist, bestimmt schon 100 Drafts gemacht, ne? Also, wir kriegen ja noch den seltensten Spieler überhaupt in der 97er Challenge. Und jetzt geht's los, Alter. Let's go, Mann! Jetzt kommen wir nochmal, ey! Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Jetzt kommen wir sogar nochmal auf 94 gerade. Ey, jetzt sind wir zurück im Game, Alter. Let's go! Okay, warte mal. Kulibali los-rated. Ah, warte, Dings. Muss man hier raus. Ach, Sensu. Oh, ich habe Sensu die ganze Zeit drin. Ah, wir kommen nicht auf 95. Schade, wäre zu schön gewesen. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Zack. Zack, machen wir das Ganze erstmal so. Vielleicht durchsortieren auf 95. Nein, leider nicht. Aber wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Wie gesagt, Alter. Das wäre ehrlich zu schön, um wahr zu sein. Schade, Alter. Schade, schade, schade. Warte mal. Ah, ich habe eine Idee. Ah, was hier gerade? Was mache ich? Von der Chemie her könnte das besser sein. Ist auch ein bisschen besser. Aber nicht so wirklich viel, ey. Wenn man ehrlich ist. Ah, jetzt scheiß drauf. Lassen wir es erstmal so. Okay, komm. Jetzt kommen wir nochmal zurück, Leute. Jetzt kommen wir nochmal zurück. Weiterhin 90er-Plus-Spieler. Cuadrado, let's go, Mann. Was ist hier los? Ah, scheiß. Jetzt gehen wir auf 93 runter. Ja, Matuidi gibt es auch als 91er, glaube ich. Weltmeisterkarte. Cuadrado ist fresh. Kommen für Müller rein. Volles 90er-Team. Let's go, Mann. Das gefällt mir. Sind wir auf 94? Leider nicht. Ah, scheiß, Alter. Das lief am Anfang zu broke. Wir waren auf 94 zwischenzeitlich. Aber das ist für den ersten Versuch. Ah, jetzt die letzten drei. Ihr wisst es ja, die letzten drei sind eben... Also die... Das Ding ist, warte, wir nehmen Mustafi mit. Also die zwei hier. Die sind eigentlich in den meisten Fällen immer Schrott. Es sei denn, du hast wirklich richtig Glück. Das muss halt auch beim... Wenn du wirklich die 97er-Challenge machen willst, da muss alles perfekt laufen. Und dann müssen diese zwei Spieler halt auch richtig gut sein. Der könnte jetzt sogar gut werden. Hä, das war eine gute Animation und dann kommen so Spieler. Das ist halt wieder scheiße, ne? Weil es gibt dann nicht alles als Team of the Year. Marcelo Team of the Year. Walker, Chiellini. Alle als Tots. Und es kommen halt wieder alle als normale Karte. So, das wäre natürlich wieder bitter, ne? Wenn es dann in der 97er-Challenge passiert und du gerade auf einem guten Weg bist und dann passiert sowas. Das ist natürlich richtig bitter, ne? Muss man sagen. Aber naja, die 97er-Challenge ist hier natürlich eh erstmal nicht mehr drin. Aber ich bin zufrieden, Mann. Für den ersten Versuch. Vor allem haben wir noch Grießmann am Start als 98er. Ja, komm. Halt dein Maul, Alter. Die wollen uns doch komplett pranken, Alter. Alle Spieler. Ey, wenn das in den nächsten Wochen nochmal passieren sollte und ich wirklich kurz vor 97 stehe und dann passiert so eine Scheiße, ne? Dann werfe ich mal Kontrolle aus dem Fenster. Ich springe hinterher, hole den hoch und werfe ihn nochmal raus, Alter. Und springe auch vielleicht nochmal hinterher. Was soll die Scheiße, Alter? Das kann doch nicht wahr sein. Marschall nehme mit. Ja, auf 92 enden wir jetzt im Endeffekt sogar. Vielleicht kommen wir wieder auf 93 hoch durchsortieren. Ich schaue mal ganz kurz. Das Ding ist, es hat am Anfang wirklich gut angefangen. Dann hatten wir wieder so eine kleine Durchhängerphase. Dann lief es wieder richtig gut und dann wieder so eine kleine Durchhängerphase. Also jetzt muss es halt durchgehend gut laufen, Leute. 3,90 aber am Ende. Und Grießmann als seltenster Spieler überhaupt im Draft. Also von daher bin ich echt zufrieden, Leute. Das war's von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, like, lass ein Abo da. Ich hoffe, ihr habt Bock auf die 197er-Challenge noch in den nächsten Wochen. Ich hoffe mal, dass wir sie irgendwann schaffen werden. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr euch abonniert habt. Gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu fassen. Und checkt jetzt auch gerne meinen Shop aus für die Camouflage-Sachen. Ihr wisst es, in Rot, in Grün, in Blau, in Grau, wie immer in allen vier Farben als T-Shirt. Aber natürlich auch als Pullover erhältlich. Also gerne abchecken. Link zu meinem Shop ist, wie immer, unten in der Videobeschreibung als erstes verlinkt. Danke an jeden, der mich im Kommen unterstützt. Ich küsse eure Nacken. Ihr seid die Besten. Wie immer natürlich von mir unterschrieben. Auch noch zu jeder Bestimmung dazu. Gratis Autogrammkarte. Also falls ihr darauf Bock habt, Leute, gerne abchecken. Danke, wie gesagt, für euren Support. Ihr seid die Besten. Jeder, der mich im Kommen unterstützt. Macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder. Und ciao.